karibische grüße aus dem vulkan hallo ist mich auch so warm wie mir mir ist irgendwann wird das vorbei ja was ist denn heute los mit uns ich habe keine ahnung ich sag doch ihr stimmt euch auf das nächste projekt ein ist echt ja ich freue mich schon riesig drei ach du heilige kacke hier links nicht runterfallen ja nicht runterfallen nein ich schubsen ich bleibe hinter dir zwei meter ok lebst du noch ja ist das ein überhang ja ja ich würde sagen dritte leben verliert man etwa so und jetzt können wir doch ich glaube hier rechts sagen links ja ich habe heute eine kleine links rechts schwäche sag mal wird das nicht reichen wenn wir hier hochklettern warte ich kommst hier ist ein schöner weg ok also ich nehme lieber den weg ja ist gut und da kommen paar monster das heißt unsere zuschauer haben action 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 wie ist hier eine blume dach blöhmchen super ja ich gucke mir das ganze mal aus der entfernung an das sieht gut aus dass ihr da macht also jenny so im abgang würde ich noch ein bisschen mehr nach oben ich muss weg ich wollte gerade sagen ja ein lauf ich fülle dich an die kannibalen danke mit selber eine nicht hier in dem spiel freunde spielgefährten ich bin der rächer mit dem stecher das kennt doch heutzutage keiner mehr woge weg 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 leute 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 ich habe ein kleines ja die zwei händer tun hier richtig weh ich komme nicht dran richtig nicht weg wo sich jenny stöhnig so ja die haben ja auch gut weh getan hallo ich war gerade am looten die drückt nur drückt nur f sie kommt gar nicht das richtig geht hin drückt f der rest ist egal ich habe noch kein zweihänder ich habe einen wurf speer 44 ich habe nur vier wurfexte und gehärtete stahlschwert gesundheitsschaden 33 so irgendwo soll hier so eine schlange sein wir gehen mal weiter da hinten war nämlich noch gegner bist du dir sicher dass du das immer noch möchtest sag mal bleibt doch mal stehen dass wir dich abschlachten können immer das gibt es doch jetzt echt nicht das sind das denn für alle flinke wiesel was solltest du mich verschränken ich habe mich nur umgedreht und sah das ist eine flinke wiesel haupt das mal direkt aufs maul was stimmt mit dir nicht meinte die anderen hier ist die treppe ich glaube wir sollten wir hoch die quelle von stelos äh stelos hatte ich schon ich würde da irgendwie gerade gern reinspringen nicht jetzt oh hi jungs ich bin ein paar freunde mit warum an der anderen seite ist auch gelaufen ich muss mich da jetzt nicht ein das ist mir zu gefährlich auf der ecke nein 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 so haben wir jetzt hier aber nicht gewettet schwester wie geht es eurem getier da mache ich mir jetzt keine sorgen ich weiß gar nicht wo mein getier ist die stadt auch hier gerade irgendwo aber das sieht schon aus es müssten das könnten wir hier reinspringen irgendwie weil das vielleicht weiß ich nicht ich würde das nur nicht am anfang von dann bevor wir das teil haben keine ahnung hat keine lust ist nicht gesund aus was er da macht die läuft am kadaver vorbei gute die nicht das heute nicht gerade bei mir kein kadaver der steht bei mir in der luft das ist eine elite haben wir etwa einen bug gefunden in dem spiel ach quatsch niemals spiel hat keine achse hast du mal die hier zerlegt den typen hier so ein typen hier aber das gibt doch bestimmt echsenhaut ja aber einer dieser dinge denk soll das vieh drop irgendein schlangenvieh womit denn zerlegen moment bildfleisch serpent man priest bei skinning him wo hier ist eine kiste ja ja hier und dahin steht noch ein typ rum also ich werde mal eben mein skinning knife hier ausrüsten für dann später frag mich wo aus jego hin ist nicht als tod ist er nicht aber er hat keine lust ich finde es ja blöd du siehst ja nicht wie die viecher heißen ne vorsicht ok skinning knife reptilienhaut wildfleisch und reißzähne kann ja nicht schaden hier einmal rum zu gucken hallo kollega oh tega was schiebst du mich denn weg wenn es nur sehr heiß war war ja noch okay ich glaube ich auf extrem heiß kommen ok genau sehr ist es bei mir gerade die ganze zeit ich verbrauche halt recht viel bei mir ist es nur heiß ja ich habe halt die warme rüstungen bei mir sagt er halt sehr heiß aber das ist ja egal außer jetzt habe ich gerade wieder ein eistee getrunken jetzt kühle ich gerade ab ich habe noch keinen gebraucht ehrlich gesagt oh ich meine es ist sehr heiß aber ja aber da war die treppe mit dem ja richtig wie geil das einfach mit dieser lava aussieht gut also ich gehe aber hier rein ne ja ja da drüben stehen zwei ja sag mal was ist denn heute los ich stehe hallo schau mal der steht vor mir und ich schlag daneben hallo ja ich habe robert aufgepiekst kraterienhaut und wildfleisch kraterienhaut und wildfleisch kraterienhaut und wildfleisch du hast obsidian dabei ne nein habe ich nicht weil das in horst giego liegt theoretisch hast du wildfleisch dabei äh ja auch keine ahnung was mein gehirn gerade gemacht hat ist das so eine gute idee hier rüber hüpfen zu wollen ja sagen wir nicht böse ich an aber bei deinen skills nein oh ja gut ja ich glaube das ist der geplante weg die man hierher kommt welcher hier so weil das sieht hier so aus als könnte man ja auch gut hochklettern wir müssen irgendwo hochklettern gleich es gibt glaube ich punkt da muss man weiter klettern warte mal hier drüben wo jan es gibt noch einen anderen punkt hier kann man glaube ich relativ gut hochkommen wo ich gerade stehe ja warte ich komm zu euch ich hab nur grad ein bisschen angst ich hab mich grad schon die klippe runterfallen sehen ich meine hier müsste ja noch eine es sieht aus als wird hier so ein absatz kommen das heißt es müsste kletterbar sein ja also es gibt einen punkt da heißt es extra man sollte maximum geskillt haben um weiterzukommen ja schön wenn man das nicht hat dann könntest du austere probleme während der zeit bekommen jetzt ist kein tiger mehr da oh der sieht anders aus glaube ich warte kurz jan ach so ich dachte sie ach so ja kann ich warte so jetzt ja so lang weil er ist ja so ein standard move ja 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 ist ein boss gut die halten ja eh nichts aus die das gruppen zack ja heute ihn heute ihn ne irgendwie hier ist wieder eine treppe seitlich ok da ist noch einer vielleicht haben die auch nur eine chance falsch ich hätte echt ins schloss gelaufen ja ich dachte du stellst weiter links von mir ja rechts von mir links rechts schwäche schon wieder was haben die im inventar ja hier sind kleine mehr auf oh die ist auch eine treppe na dann gehen wir die doch mal schon sehr interessant hier ich mag diese ganzen ornamente an den seiten das ist so irgendwie meinst du die fast nicht warum doch hübsch dass ich stehre was du musst einmal hüpfen wer brüllt denn hier so ach sie hinter uns standen welche auf der kante und jetzt sind sie gerade warum nicht eine Tasche also so ein Beutel auf der Kante I don't want to be here lass dich mal heuten Schwester was liegt hier denn nur ne Beutetasche hä ne leere ok stimmt wow mit wärmendem fleisch ja brauchst du hier Jenny oh hier ist ne Lesetafel ihr Lieben infinity Wo ist hier ach da o wow wow Schlange menschen schnell oi 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 oual cool dann lohnt sich das ja auch für jeden wusste ich gar nicht dass es da auch noch gibt ich auch nicht die betafel ich fand nur dieser so leselastig aus hier liegt auch noch einer rum noch hier auch bei mir da vor dir liegt ist das lud kapuzen ich wollte den sperr mir angucken wir haben hier keine zeit zum gucken ich kann mir vorstellen dass wir hier jetzt noch mal hochklettern müssen selbst wenn ich machen das jetzt einfach also ich weiß dass irgendwo hier oben so eine schmiede sein soll um obsidian werkzeug herstellen kann wie auf kommando war auch vorsicht wegen der kannte man brichter ganz komisch ab jan jan ja dumme idee solch aus ein typ in der mitte dumme idee was machst du denn ich habe mich ausgezogen für euch glaube ich das nicht ich höre nur dumme idee dumme idee dumme idee ja entschuldigung ich hatte mich ausgezogen und habe dabei hitze schaden gekriegt also die klamotten kühlen mich tatsache ab ja indirektu das glaube ich selbst meine wärmende kürt mich ein bisschen oh tschüss aber wir haben wir jetzt keinen schlangenmensch gefunden der was getroppt hat und ich sehe hier auch keine schmiede also ich bin immer noch dafür dass wir da mal rein springen immer noch vor der höhe ja alles klar tschüss tschüss das klang jetzt nicht gut ja wow alter lebt ihr noch seid ihr tot nein wir leben noch kommen bei uns bei ich sprengt will drücken wo runter und sagt oh wow ja schön ja ja matsche matsche kann das sein dass wir jetzt quasi in dem jenseits sind also laut karte nicht laut karte sind wir genau da wo wir weinkommen sind aber das sieht schon ein bisschen anders aus ne ja greifen gar nicht an du bist du auch horst vielleicht sind die freundlichen gewesen ich habe meinen ja auch nur freunde nämlich geschützt ja ich habe ich bin noch nicht davon ausgang dass uns hier friedliche fischer erwarten so stehen bitte um das kommt der nächste so wie ging denn das normal verhalten aktivität bewache mich also ich glaube ich habe die spiele gefunden so jetzt hätte ich den text wirklich mal weiterlesen da schön jump down in the portal and in the front of the fernand there is a priest bei scanning him you will get the shining irgendwas dann gehen wir mal dahin oder ähm bei mir schwebt hier ein kopf in der luft ups bei mir nicht ja wachs gibt es nicht ne wisst ihr ja 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 wo seid ihr ich bin einfach untergeimpft ne ich geh den weg weißt du kilometer runter springen oh ne da sind jetzt zwei meter runter da laufe ich lieber außen rum ja ich bin übrigens kaputt ich lerne grad parcel und soviel zu pscht da redet doch keiner mehr doch bei mir hat da noch jemand geredet oh sorry bei mir ist das schon als ewigkeiten fertig ich bin ja was ja und soviel ist dass es ist ich bin ich bin ich bin Äh? Wo stimmt die nicht? So. Meine Gefährten. Mhm. Seid ihr bereit? Nein. Ja. Gut, dann können wir loslegen. Nee, warten wir noch, Robert. Da ich gerade schon... Egal, jetzt habe ich die Hälfte hier mitbekommen. Wo gibt's einer? Äh... Ich habe mal die Menge, ich werde schon einen treffen. Nee, ich hatte das Problem, ich stand irgendwie oben drauf und konnte deswegen nicht mehr angreifen. Oh, 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 die haut mir ganz tierisch auf die Mütze. Dann halte ich von zwei Händen entfernen. So, kann ich jetzt endlich nochmal wieder trinken? Ah, tja. Eigentlich müsste das der Typ gewesen sein. Ja, aber nö. Ich hab nix gekriegt. Warte mal, wie heißt denn das Ding? The Shining Krabba Zedron. Auf Englisch zumindest. Nee. Ich hab nix gekriegt. Hm, hat jetzt vielleicht nur ne Dropchance. Oh Gott. Ich kann nix herstellen hier, in der Schmiede. Das ist ja interessant. Meistens gibt's hier noch ne, äh, vielleicht ne Tafel irgendwo. Ja, das könnte sein. Also ich kenn's, ich glaub bei den Eisriesen steht die Tafel irgendwo auch in der Nähe davon. Das ist sehr merkwürdig. Warte mal, ich guck mal. Nee. Kann ich auch nicht. Hä? Hm. Oh, Gischt da. Gischt da. Ja, war aber nix spannendes drin. Außer ein Verbesserungsset. Alter, wie's hier aussieht. Wahnsinn. Ich guck mal kurz oben nochmal, wo hier oben ich was finde. Oh ne, die sind... Ich mein, es würde Sinn machen, dass der das war, weil der mit uns geredet hat, aber warum sollte der nichts droppen? Ähm, wie ist das eigentlich? Hier kann man da unten überall rumlaufen? Keine Ahnung. Sollten wir uns das vielleicht mal angucken. Hm, das sieht so aus, als könnte man da hin. Ne. Oh, Gischt da. Die nicht aufgeht. So. So. Viel zu viel Schund im Inventar. Die Frage ist nur, wie kommt man... Ah, da müssen wir da hinten und dann können wir da runterlaufen. Das ist übrigens ein liedernder Saphir oder so. Also nicht Saphir, also ein liedernder Edelstein. Von der... vom Skin her. Ich glaub, das kann man machen. Äh, wo seid ihr jetzt? Ich war grad... Ich steh hier einfach so rum. Bin schon mal in die Richtung gegangen. Ich war grad, wie gesagt, am Google. Ich hab nicht so viel mitbekommen. Ja, hier, genau. Wenn ich geredet hab, weiß ich nicht mehr, was ich gesagt hab. Hallo. Buch. Also quasi ein... Du hast ein selektives Gedächtnis. Ja, ich kann reden, aber nicht gleichzeitig... Äh, wissen im Nachhinein, was ich gesagt hab. Dann schauen wir uns doch hier mal ein bisschen um. Hm, wenn wir schon mal da sind. Wo da unten ist eine Ecke. Ja. Der hat einen gefressen. Ja. Vorsicht, da sind zwei Typis. Boah, Horst Jäger, ich wollte grad ausweichen. Heute ist wieder Mobbing durch Viecher. Auch so oft wie dein Tigger mich hier schon durch die Gegend geschoben hat, seh ich das nicht so eng. Ja, irgendwie haben die es heute sehr speziell. Ich hab noch nicht so ganz verstanden. Sind wir jetzt da drunter oder da drüber? Ich glaub da drunter. Glau... 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 Ich will sagen, wir sind in einer anders Welt. Ja, ich glaube, das ist die Hölle. Das ist sowas von Skilos. Oh. Ja... ich glaube wir sollten uns die herren wir mal vorknöpfen andere seite jan die hand und richtig guckt das weiß ich doch nicht und erste kippen das war ja ich dachte ich hab dich jetzt mal kurz im kopf kostigo gehen wir aus dem weg sorry aber jetzt war immer noch nicht mit obsidian hey in welchem tier war obsidian drin nicht genug platz mit wetter das stimmt ich habe doch obsidian hat gebaut wo ist das alles hin ich bin ja nicht gestorben aber wo ist das hin weiß ich nicht what the fuck wo ist mein essen hin was doch vorhin drin war ich dachte ich hätte meinen erwischt jetzt ist mir extrem halt schade ich wollte mich mal um die idee ja bei wie vielen minuten sind wir eigentlich das fühlt sich sehr lang an 27 tatsächlich ist denn jetzt meiner ich glaube das geht hier halt als dann weil wir bewegen uns auch nicht auf der karte ich bin davon ausgaben dass das hier in dann schon ist ich habe keine wir müssen da hinten geht es weiter würde ich sagen ja ich könnte mir tatsache vorstellen dass der mehrere davon gibt die man das töten muss bevor man einen richtigen endboss kommt kann sein vielleicht schaltet man doch später erst diese schmiede frei also dass man da was dass man die rezepte wo anders kriegt ihr macht hat schon also ticke und so wie ist seine treppe wir fehlen hier die die glühwürmchen ja oder irgendwas ja irgendwas halt so da lang gut der weg ist eindeutig aber so zwischendurch ich kann rennen und gleich fällt auch alle schlange hallo schwindel lange lange da hinten sind typis einer zumindest weiß ich wo ja jetzt sagen will wenn wir was gucken ok es sind zum glück keine spinnen das ist schon mal gut oh nein ich bin überlastet was das warst du abgenommen ich gebe dem einfach ein bisschen los in die ganze reptilienhaut hier da da kann ich ja welche geben ich habe hier noch ein kleidungsset von hier ne ich habe hier noch nicht also hier liegen so so die beinkleider habe ich noch gut ist nur ich habe so viele davon ja okay dann ich wollte ja nur einmal die handschuhe die hast du auch schon ich hatte ja ich finde sie doch gerade nicht mehr wieder ja sonst welche ja wo man hier pause machen und dann in der nächsten folge weiter würde ich sagen dann kann ich auch noch ein bisschen mein inventar aussortieren dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder vielen dank fürs zuschauen und ja bis zur nächsten folge tschüss 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 tschüss